mit diesem schrott teilen kannst du dir neue bett und springen die mit dem bett kannst du dir wieder neue skins und dann kannst du dieses games wieder verschrotten und dann hast du wieder eine schrottpunkte und dann kannst du wieder bett und dafür das ganze das games wieder verschrotten und die wieder schrottpunkt das ist ein ewiger kreislauf ich habe häufig schrott objekte jungs jetzt verstören wir alles bitte und ein moment erst mal muss die lautstärke kann ich meine waffe auch aus muss man echt sagen so guten tag meine kinder läuft die stachel dran auf hat der medic wieder nachzutun wegen wegen so idioten wie euch halt du bist gesund stracheldraht du bist ein stacheldraht du bist ein bisschen spuck und sand auf deine wunde ärztlicher ärztlicher tipp vom medic guten tag da hinten sniper ich hau ab schau ich würde nicht haben hier wenn du stehen willst wird er dich rippen alter ich weiß nicht sturm soldat sein fahrer ich bin tot man hier gibt mir deck und ich muss was dann holen man hier rechte seite bei mir zwei stück ich bin auch tot ich hab's versucht hier wird gegen deckung hilfe medic medic nimmt küsse hehehe hassan trenn dich nicht von uns ich muss sie flankieren mein freund schüss zu mir ich bringe sie alle um du bist lebensmüde munir bist du low richtig low ist deine küsse oh mein gut werden gerippt hier ich hab einen ich hab den gerippt hier ich hab den gerippt jungs oh gas oder was oh munir ich bin down der chillt in der ecke munir ja nice vorsicht kunden auch einer glaub ich auch von oben wie gesagt guck mal einer stirbt an der ecke und der andere nimmt die ecke ein was kämpfst du hier du bastard ich stimme euch alle auseinander die camper sind meine das ist mein dessert hinter mir hilfe gerade hat die munir rennt boah der wichser noch so einer hier ist clear oh ist clear ok munir ich pass diese gang auf und du pass die tür auf welche tür ja die tür hier neben mir wir kommen jetzt zu euch jungs aufpassen ok hassan kommt jetzt beide gestorben auch was beide gestorben ok da ist einer kontrollieren da kommt einer da ist einer um die ecke warum kommt der denn nicht ich hab ihn ich hab ihn ui ui gudanada des todes munir lass mich in deine ecke ich bin fast da und brandgranate bei mir pass auf noch eine brandgranate bei mir pass auf ich bin ich bin eingekesselt im feuer da ist einer doch nicht das ist von munir ich hab headshot das ist egal weiterlaufen weiterlaufen ich bin wieder ich bin hier ich brauche medic medic liegt gerade draußen was haben die für waffen mann komm zu dir ja ich muss pass auf hier ist ein bisschen gas ich bin down aber pass auf sniper hier ist nicht gut munir ich bin down fuck medic down der liegt da das ist ein geiles spiel der liegt da mann hier ich hab den schon ich hab den gesehen ich rippe den jetzt mach uns keine sorgen ich bin hinter dir aus oh der rippt dich der sniper alles gut er schlägt mich nicht mit dem sniper alles in butter schlägt mich mit dem sniper alles in butter da ist noch einer habt ihn auch guten tag nice ich bin hinter dem mann hier guten tag habt ihn auch da ist der im haus du hörst der schilder im haus wiederbelebung ich hab einen gerippt mit granate bei mir alle ich hab einen gerippt mit granate mann hier hat also der der dich umgebracht hat glaube ich war das ich weiß nicht ein bisschen gucken aus dem haus da hinten links 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 ich hab einen markiert meine waffe reicht nicht so weit da hinten noch ein markiert ein sniper man kann immer nur ein markieren das wird ich schmant alter im haus gegenüber von uns du bist unter beschuss ich flexi alle ich flexi alle jungs ja scheiß hier links von mir habe ich was ist noch ein camper habe ich nehm dir auch ein ich habe ein was neben mir ich habe ich habe ich da du hast dich schon du hast dich schon in dem haus war noch einer glaube ich ist hier auf dem dach vielleicht ein sniper hier ist jemand alles gut hier ist keiner spawn ist wieder andererseits jungs ne ziemlich einfach das spawn eigentlich sehr gut im haus der rhythm ist hier bitte ich brauche selber auch leben wir müssen ihn retten hassan ich zieh durch er chillt dann noch pass auf boah ok ok sag wo markieren granate granate rück dich hab ich hab ich nice boah tausend schick nice da hinter dir hier hier wo ist wo da drin da hier irgendwo wo ist er ich weiß nicht mehr der ist hier hier reingelassen hielt er dir sehr gut alles klar chillt dann versammelt euch in einem haus wenn ihr leben braucht ok ich werde geheilt bitteschön wir haben eine kisten stehen hier wahrscheinlich in der nähe ok da kommt die osten alles klar one shot abi bei mir bei mir jungs komm luka jawoll hab ihn gerippt mit granate oh shit ich muss mich heilen luka hier unten luka bitte ja ich muss nicht heilen ich hab nur noch 20 ap ah ich bin angehittet pfff hassan ich belebe dich hassan ich belebe dich danke ehren man ehren oh god monier halte durch ok ok jungs ich bin sauer geworden scheiß wie es in der hölle ist er chillt er hat dann gleiche gecamt alter scheiße warum macht er das ich hab den nicht gesehen medic wo genau sind die jetzt medic ist in der nähe der komm ich heilen f***ing medic heil mich doch ich sehe euch nicht auf der karte irgendwie f***ing schpacko halte mich nicht ich war tot behinderdämoniert im haus ok ich gehe da hoch wer hat die granate reingeschmissen wo ist er hin er ist er hat mich gerippt er kommt hoch manier pass auf er kommt hoch und unten ist auch noch einer unten ist auch noch einer da war noch einer im haus chillt noch einer auf der treppe jawohl da kommt noch einer und monier in der ecke wo meine leiche liegt in der ecke zu viele zu viele ok ok 40 kleure der ist weggegangen der ist weggegangen die sind hier die sind hier voll viele die sind richtig im spawnfall gerade jawohl wir haben gesiecht gesiecht exen pezen welcher map war gut ich weiß nicht mehr was ist das eigentlich suez so hat es ich habe gute kids gemein ich gucke gleich auf tabelle jetzt nicht bestes kurz traurig rv 15 3 guck mal wie viele was wir alles gemacht haben alles gemacht wie viele schrott dings habt ihr eigentlich weiß gar nicht weiß noch nicht ab 1090 aber da ist jetzt richtig aufgeräumt jungs was punktestand gibt es ein highlight gibt es nicht warum nicht kein highlight verdammt ja dann nochmal das ist kein call of duty mensch muss ich weiter drücken ich habe 2800 schrottpunkte ja drück mal weiter erstmal noch ein battle pack kaufen ich öffne einfach jetzt alles warum kaufst du das mit schrottpunkten ich habe 46 battle packs hier ja ich habe die alle schon geöffnet umgeöffnet gewehr edition gibt es denn irgendeinem was gut ist nein 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 einfach nein einfach nein das ist meine heimat wir müssen das jetzt beschützen wir sind engländer scheiße wir müssen alles zerstören beitreten im game und er drückt die menschheit und er drückt diese toll dürfen wir spielen ok ok gibt die party soll uns direkt flank flankation mache ich jetzt ok ok da ist einer direkt ein gerippt von hinten die tür an meiner leiche kommt eine raus aus der tür hier ab in nice gehen dekommuniert ich habe kassiert hier leben ich bin glaube ich hinter der front bin mir sicher hier ich werde attackiert richtung s lukas hier und er kommt zu uns warte ich muss gucken wo du bist da drin ok hier bis auf gehen ein haus oder so ok ich weiß wo die sind ich weiß wo die warte hat die kommt aus der mitte aus der mitte aus der mitte von hinten auch die haben uns umzingelt da die haben uns noch mal umzingelt ins haus ins haus ich habe einen sniper down du kommst bei mir rein ja im moment wie kommt man in dieses fucking hause das ist ein zweiter ja nice hallo hallo ja danke fucking game nice ok ist da jemand ich weiß nicht ich hab schüsse gehört erstmal fenster aufmachen und fenster wieder zu machen oh die sind hier alle wo 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 alle jungs jungs die kommen von ah nein von süden von außen von außen what the fuck bist du auf dem dach oder wo bist du fertig im haus ich komm ich komme überlebt nein ich hab es nicht PIX ach gatschern ok ich bin sauer kanate alter ich bin voll die kanate kannst du schwer bleiben bei uns das sind drei leute das sind drei leute ok monia hilf mir gib mir deckung gib mir backup die kommt die kommt einer einer kommt genau auf mich zu wo ich geschaut bin von hinten oh my goodness das sind drei, vier leute naja das wisst nix oh er kam ehre man sind die ich weiß nicht hier bei mir ich werde zwar immer beschossen aber ich finde dann letzten endes können bei mir bei mir bei mir und da einer noch einer noch irgendwo ich weiß nicht wo ich hab zwei gekillt eins das abkommen glaube ich wenn man hin liegt ist man hier echt gut präzise mit der das ist nice da oben in dem haus habe ich bei mir bei meiner leiche und da oben die treppe an meiner leiche ist eine treppe und der treppe hoch da sitzt ein einer das sind drei leute im haus ja in dem haus tschüss tschüss geh nicht rein warte auf uns oder bist du schon gestorben ne oder ne ne ok 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 random spawn hier klasse hoch und wieder runter hoch und wieder runter wirst du die Dächer abklappern ach ne oben da auf so nem Dach ich bin ein Nightchiller oh what alter ich bin leider nicht da fuck da oben war der scheiße ich glaube der der dich gekillt hat hat mich auch gekillt boah jung was ist das immer oh irgendwo schießt er ja auch hier den Gang runter alter hat mich noch mitgekillt what the fuck und soviel haben auf den geballert ah scharfschütze deswegen war ich so schnell ripp ok cappen aufs Dach ja ich glaube ich gesehen boah ist das dangerous ich mach mal einen Besuch bei denen ich mach mal einen Besuch bei denen da war einer der hab ich gerippt ich weiß nicht ich hab ich noch mal eins ich hab den Dach ist clear was richtung ähm südwesten ich bin down oh mein gott alter ich immer guck ich in die falsche richtung 2 5 7 8 4 6 Ich habe mich gekillt. Ich höre jemanden. Ich bin keinen mehr. Da, da man hier rechts. Fucking Brandgranate. Oh man ey. Fucking Brand. Ich mache Leben. Ich bin down. Brand hat mich gekillt. Richtig schnell irgendwie. Erste Hilfe, greift zu. Ein Gas, Alter. Ich fucking Gas. Immer irgendwo. Wir müssen mal auf die Schüsse hören, weil die kommen. Das ist echt gut. Von hinten. What the fuck. Oh ne. Hat der jetzt echt im Haus? Nein. What the fuck, Alter. Wo sind die Mofos? Der kämpft da. What? Sehr gut. Oh mein Gott. Oh nein, ich spreche den. Nein, dieses scheiß Brand. Okay. Wo bin ich jetzt gespawnt? Ach du scheiß. Huh. Der Wunder war nicht so meister, aber gut. Kann man nicht. Wir haben gewornt, ey. Wir haben gewornt. Oh nein, das ist gut. Ich bin zu ihm, jetzt nicht so cone−sch. Wie sieht das zu? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.